In meinem dualen Studium im Bereich Informatik geht es vor allem um Datenverarbeitung, aber auch Modellentwicklung und die anschließende Implementierung in Software. Bei Hans Gruhl selber dreht sich das meiste um SAP-Entwicklung oder Betreuung, aber natürlich auch Netzwerktechnik oder Service sind ein Teil davon. An der DH kriegt man dann das Handwerkszeug dazu, das besteht hauptsächlich aus theoretischer und technischer Informatik, aber natürlich auch aus Programmieren und Mathematik. Das coolste an meinem dualen Studium im Fachbereich Informatik ist ständig mit der Zeit zu gehen. In kaum einem Fachbereich tut sich so viel wie in der Informatik. Dadurch kann man sich ständig neuen Herausforderungen stellen, neue Dinge lernen und neue Dinge erleben. Die wichtigsten Eigenschaften sind meiner Meinung nach, sich für sämtliche Themen im Bereich der Informatik begeistern zu können, Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Themen zu zeigen und diszipliniertes Arbeiten. Ich stelle mir vor, dass ich in einem Top-Team mit engagierten Kollegen die Infrastruktur von Hans Grohe weiterentwickeln und betreue. Ich konnte mich schon immer für alles rund um das Thema Informatik, Technik und Computer begeistern. Außerdem wollte ich nach dem Abitur studieren. Ich kannte die Firma Hans Grohe schon. Wir haben Hans Grohe Produkte bei uns im Haus und genau da lag es nahe, dass ich mit Hans Grohe als Partner ein DH-Studium in diesem Bereich machen möchte. Zuerst habe ich mein allgemeinbildendes Abitur an einem Gymnasium gemacht und danach quasi als Orientierungs- und Bedenkzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr. Zum einen der ständige Fortschritt im IT-Sektor, der einen ständig motiviert, am Ball zu bleiben. Außerdem die Vielfältigkeit, die spiegelt sich nicht nur in den vielen Vorlesungsfächern an der DH H wieder, sondern auch in den vielen unterschiedlichen Abteilungen, die Hans Grohe zu bieten hat. Hans Grohe ist ein sehr bekanntes Unternehmen bei uns in der Region und genießt einen sehr guten Ruf. Dann habe ich mich, als ich wusste, in welche Studienrichtung es einmal gehen sollte, informiert, ob Hans Grohe diesen Studiengang anbietet. Als ich herausgefunden habe, dass Hans Grohe ihn anbietet, habe ich mich darauf beworben und freue mich, dass ich jetzt ein Teil des Teams bin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.